Diese Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Ah, der Nummer 269, Rosino, Softo. Eisenkur pro Lanzenseite, 1.15.7. Ziemlich gleich. Auf der Strecke der Bürgermeister auf Julbach, Plattner Johannes, oder Plattner Hannes, und der Almespärger Riecki mit der Startrummer. Ja, gut. Eine A13. A13.9.4. Auf der Strecke. Riechdorf und der Schneeberg auf A8, 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 A8.5. Die Stadt mit der Stadt der A8, A8 und A8, A8, Riechdorf und Lufa. Der Nummer 270 und der Bürgerpartner sind seit 1.17.056. Und die Zeit vom Bürgermeister Blattner, 1.23.08, 1.23.08. Blattner, Hannes und alle Bürgerrichter, 1.23.08. Wie gesagt, der Bürgermeister aus der Gemeinde Dumba. Der Nummer 70 und der Bürgerrichter, 1.23.08, 1.22.08. Bei Müller Philipp, eine 1.12.65. Der wird in der Bühne gestartet. Der wird in der Bühne gestartet. Der ist in der Bühne gestartet. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Auch er ein sehr schneller Mann, 2021 beim Slowakea und erste Plätze rauf fuhr. Gestartet der Julmacher, Besendorfer, Markus. Die Julmacher, Besendorfer, Markus. So kann man auch den Tag lang im Nr. 2.199 napfen. So kann man mich jetzt wieder mal ein bisschen weiterentwickeln. Das ist ein paar Jahre lang nach dem Nr. 2.199. 1.199, 9.199. Der Mars-Lohrhang mit der Nummer 29. Es startet mit der Nummer 279, heißt Jürgen. Schneeberger Wartbus gestartet. Schneeberger Wartbus gestartet. Schneeberger Wartbus gestartet. Schneeberger Wartbus gestartet. Schneeberger Wartbus gestartet mit der Nummer 289, Spiegler Patrick und die Zeitung Gottinger Georg 1,1877 und die Zeitung Haas Johann 1,1355. Oblak Marco 1,1697. Auch er kommt hier auf 6,8. Schneeberger Wartbus gewartet. Schneeberger Wartbus gestartet. Es startet mit der Nr. 82 Pfleger Daniel auf der Dukati. Wir haben die Vierplatz der drei schnellsten. Der Gamer Wolfgang, Daniel André, Jean Lutzawi. Wir haben alle eine Zeit. Hier ist der Drei, der Dirk Stumpf. Der Drei. Die Drei. Rundfunk Jetzt knallt er eine 1.13er Zeit hin. Jetzt warten wir auf dem Stich der Bahn. Und jetzt ziehen wir ihn. 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 Bis zum nächsten Mal.